Hallo und Willkommen zurück zu Splinter's Conviction Jetzt auf Mods Dock Auf dem Mods Dock Gelände Spricht man das wirklich so aus? Ich hätte auch Mods Dock gelände Schauen wir wieviel Parts das brauchen wird Ich habe bislang den ersten geschnitten, der war zwei Parts lang Das erste Map Also die zweite Map für euch dann theoretisch Das ist die erste, die wir heute noch bekommen haben Ja genau Und hier ist die zweite von den sieben Maps insgesamt Okay, zuhören Diese Herren stehen ab jetzt auf der Third Ecolon Liste möglicher Ziele Sie müssen von dieser Liste entfernt werden Und zwar so leise und diskret wie möglich Die Anwendung von Gewalt wurde erlaubt Es dürfen allerdings wie immer keinerlei Rückschlüsse auf uns möglich sein Sollte es nicht reden, solange die Frau noch redet Ich habe nur gesagt, wenn wir sie von der Liste streichen sollen Hey, was machst du? Ich glaube ich mache die Musik mal laus Also ich bin mir nicht sicher, aber es kam mir so vor wie als wäre es Wie etwas zu laut Ich habe nur gesagt, wenn man sie von der Liste streichen soll Ich streichen wel ihren Namen Ich gehe jetzt nicht nur aus Ich gehe jetzt nicht nur aus Ich gehe jetzt nicht nur aus Ich gehe jetzt nur aus Aus dem der da steht Sieht der ein, wenn man hier rüber kraxelt Boah ist das krank und zu viel Laser Die Mucks Vier Benne macht Ausflugde Was hat der gesagt? Ich muss durchspreche in dieser Sprache Ja Ich will sicher, ich muss muss das schwuss warum hindi denn nicht deutsch ja mal der spricht bestimmt deutsch weil ihre Schimpfwörter sind halt in ihrer Sprache das ist eine bessere Immersion für uns oh ich habe das Glas nicht bedacht ja glas gibt es hier gut, erster Bereich hast du schon gesichert oh ja aber kann man auf dem Laser Laser? Laser gibt es auf dem nächsten Raum upsala ich wollte nicht unter die Tür durchgucken stimmt, das kann man eigentlich auch noch machen ja, der stand auf einmal unter mir ja, der stand auf einmal unter mir ja, der stand auf einmal unter mir ich will mich nicht aufreden ich will mich über andere Dinge auf ich will mich über andere Dinge auf ich will so ein Beispiel, dass ich hier nicht absteigen darf das ist ein scheiß Laser das ist ein scheiß Laser Laser sind halt böse zu dir wir daten wirklich nur da eine ich glaube, ja der Bereich ist zu gut da siehst Laser aus interessant anscheinend ne, da ist bestimmt mehr so anscheinend sind die Lampen lauter wenn man sie ausschießt oh nein wir haben hier ein Problem ne, wir haben kein Problem ne, wir haben kein Problem oh das macht mich noch irre oh, da oben sind welche ja, kommst du da irgendwie hin? ich würde sagen, es gibt nur die Treppenweg kannst dich nicht ewig verstehen ne, warte, ne oder er kommt die Treppe runter ich kenne das ich kenne das es gibt aber nicht nur die Treppe ich kletter nochmal zurück ich kenne mich ist man da durch? ja, man könnte durchschießen hm das ist nicht witzig, Badloch doch doch hier kommt man nämlich auch hier ist nichts bleibt trotzdem wachsam wir sehen noch ein Stück glaubst du, dass du dich verstecken kannst? ich finde dich wer redet hier? im nächsten Areal, oder was? komm raus, Kasiol! ich warte! da war aber fast froh ach ne, das war wegen der irgendein lag oh ja ich jetzt gibt's aber noch einen Weg nicht schalten nicht schalten boah das sind ätzend, das ist instant late hm, auch ich wurde dich gerecht rum du bist jetzt komm schon sein Mann, komm raus ich bin leider im Hellen aber nicht ok, der da hinten kommt hoch da werden ja markiert oh hm wir sind wir sind durch wir sind nicht das war da draußen los ach ist das ja schade ich bin du dich halt auf die Seite hin der EMP user hier Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich krieg dir selbst mal! Ich meinte jetzt nicht Inge... Äh, aber was? Wärst du jetzt ja auch warten können, bis der Typ in die Tür reinläuft, dann wär das nicht passiert! Du wirst sterben! Nein! Das war's so, Charger, was ist los? Nein, ich bin hier abgeladen! Ja! Äh? Wieso ist uns das nicht aufgefallen, bitte? Ey, wo genau stand der denn jetzt? Ja, das verstehe ich auch nicht, aber auf einmal war ich jetzt quasi... Oh! Oh! Genau an der Stelle, wo ich runterspringen wollte, war das jetzt nicht! Ich wusste, dass da auch eins ist, da hab ich noch keins wahrgenommen! Ha! Sie müssen den Bereich säubern, ohne Beweise für unsere... Ich dachte, der Weg wär sicher! Wir können uns keinen Zwischenfall von internationaler Tragweite leisten! Ha! Ha! Ingeist! Einer hier! Wohin, das passiert jetzt sowas aber nur einmal! Ha! Sorry, Mann! Ja! Ah, scheiße! Hast du ihn auf dir aufmerksam gemacht? Das war nicht die richtige Methode! Ja, bei den Karas! Da! Da muss der Karzai! Ja, das war's für die bei Karla! Tschüss! Da, da, da! Siehst du den zweiten? Er hat sich wieder dort versteckt! Okay, Vorsicht, Vorsicht. Okay, aber der hat jetzt nicht rechnet, dass du da jetzt vorläufst, aber gut. Ich habe Vorsicht geschrien. Das heißt, ich mache es jetzt ganz unvorsichtig. Das ist eine sehr seltsame Logik von dir. Meinst du? Ja. Ey, da bin ich doch vorhin. Ich gehe hier jedes Mal rauf. Du klettest vorhin auf der anderen Seite auch geklettert von den Beinen. Je länger ich brauche, um dich zu finden, desto schlimmer wird dein Ende sein. Ah. Oh. Ey, mit dem Hex ein bisschen. Ja, das war ein Legstep. Oh, das sind auch so Dinger. Ich habe da mal jemanden mitgekriegt. Ich weiß, dass du hier bist. Oh, ich glaube, der ist in den Kopf. Okay, er ist gerade außerweilig. Ich muss noch zweimal schießen, weil da... Ich habe ihn mit einem Schuss abgelenkt. Äh, fast, ja, okay. Es muss, äh, es geht nicht. Okay. Halte die Augen auf, falls noch mal was passiert. Fass, um. 2, 2. Warten wir erst mal eine Minute, ja. Ich muss echt nichts mehr riskieren. Scheiß, Leic. Ah, super, da ist er. Da auch ist der Leic. Gut, beide waren hier. Das ist nicht der Einzige. Ich schwöre dir, der ist tot, sobald ich ihn sehe. Wobei, es wäre schön, wenn die Leiche ein bisschen wegfassen würde. Gut. Ich weiß, dass du mich hören kannst, du Musa, Miebra Sovani. Komm raus und zieh dich. Bald, die Türraue, Herr Schell. Ist auch schon tot im Türraue. Er ist tot. Ich bin sehr nahe. 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 Ja, danke. Komm, so. Jetzt glaube ich den noch mit dem Z. Ich bin da auch hier rüber. Oh, shit. Ich hole mal eine Kamera. Aua, ich wollte dich so runter. Was zur... Hier sind Laserbeams, die nach oben gehen. What the fuck? An die Decke. Ich habe ihn hier gesehen. Oh, hier ist die Sackgasse. Das ist nicht so. Oh, oh. Keine tödlichen Bewegungen anwenden. Ich denke, jetzt sind wir hier fertig. Bumm, Zone Nummer 1 erledigt. Der hätte es schneller gehen. Der hat zugegeben. Ja. Keine 17 Minuten. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht alles anschauen. Ja, das werden die dann eh merken daran, dass sie runtergucken und merken, wir sind doch noch gar nicht für 17 Minuten. 3 Minuten 50 ist doch was hier. Sehr guter Schnell. Könnt ihr mich bitte durchlassen? Ja, dann darfst du eben vor. Ladies first. Ey. Wieso, du magst doch. Was? Heilliche Profis. Du wärst doch gerne selbst eins. Ey. Wird halt auch cool, weiße. Ah, jetzt kommt dieser Teil der Map. Warte, warte. Sag mal, ist da... Ist ja geil. Da ist ja gar keine Maschine mehr. Welches Maschinengewehr? Hier existiert gar nichts! Ja normalerweise wäre hier eins und es ist auch eins. Ja, aber das ist glaube ich zu laut. Ich glaube, das Ding ist einfach zu laut für diesen Modus und deswegen stehen die einfach nicht da. Ja, die haben sich halt gerade angeboten. Kann ich da rüberklettern? Ja, kann ich. Hi! Was? Ich stecke es. Oh. Kann ich mal. Ich kann den von hier aus nicht erschließen. Scheiße! Ach komm! Echt große Kämpfer, was? Drück E bitte. Äh, kann ich nicht. Glaube er ist da drüben! Du bist erledigt! Gott sei Dank, ich müsste noch nicht kämpfen, aber ich fasse es wirklich. Gegner! Gegner! Da ist der eine da, der die eine Leiche da gesehen hat. Der ist bei mir, oder? Ah ne, du hast das auch so an dem. Das war sozial. Nein, die ist offen. Der Feind darf wir unter keinen Umständen entdecken. So, wir machen das so. Die Geheimhaltung der Mission darf nicht gefährdet werden. Ich laufe, du rollst. Du weißt schon, dass du da nicht viel zu laut bist. Wer sagt das? Ich laufe! Hey, da drüben! Ich! Ich! Ja! Ich laufe! Ich laufe, da habe ich gedeckt. Ach echt? Verdammt! Es ist vorbei! Marcia ist nicht erzielen. Von mir aus kann es losgehen. Der eine kommt jetzt hier hoch. Stimmt. LOL, der Typ stand da genau an der Stelle, wo so ein Laserding entstand. Ehrlich gesagt, ich habe mit Lasern jetzt gerade noch gar nicht gerechnet. Bisher war das noch nicht unser Problem in diesem Bereich. Dann liegt die da genau dort. Ey, das siehst du? Die rennen über den Laser, du willst ihn umbringen. Die Station ist ein Muss. Man darf sie wieder hören und noch sehen. Aber dass man... Er ist explodiert, als die Animation zu Ende war. Also in der Animation kann man also nicht bekommen werden von den Dingern. Oh, da kannst du runterschmeißen. Oder... Oh gut, das ist zu weit weg zum runterschmeißen. Oh. Ist der hier im Raum? Ah, ja. Ah, ja. Hey! Tertull, Tango ist analysiert. Auf Angriff vorbereiten. Oh. Ich könnte Triple-cam. Oh. Wie wäre es lieber, wenn da noch ein vierter da war. Spontan sehe ich aber keinen vierten. Oh, super. Ich kann nur vier markieren. Ich sehe noch einen. Fünften. Keine Ahnung. Oder sechstes. Die beiden, die ich markiert habe, die sind viel zu weit unten. Was meinen Sie? Nein. Ah, das sind die letzten beiden. Wir haben also alle im Visier. Wenn ich die vier hier oben killen könnte, ich kann nur drei töten. Und dann kommt der vierte her und entdeckt mich. Das wäre blöd. Und dann könnten wir runtergehen und die letzten beiden in den. Bereit Gewalt anzulenden. Das sind die beiden nicht. Oh. 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 Wir sind drauf. Oh. Oh. Das ist der eine, der dich in. Oh. 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 Okay. Hist tragisch. Wie gefällt dir das? Wir holen sie raus. Ich liebe sie. Und faszrogere. Okay. Cool. Sehr schön. Aber sie kommen jetzt runter. Ohne das Treppenhaus zu müssen. Ohne die Luftgejagt zu können. Äh. Indem wir nicht in die Luftgejagt werden. Ah. Okay, hier kann ich runterfallen, dann hier runter. Was spricht dagegen das Treppenhaus zu benutzen? Das ist eigentlich so ein Grundsätzliches nichts. Ich verstehe nicht, wie ich es hier bin. Jetzt! Ich verarsch mich, jetzt ist die ein großer Reichweite gegangen, nachdem ich Ehe gedrückt habe. Hättest du das für Lust? Ich hatte gerade Sett aktiv, das habe ich. Okay, okay. Ich weiß nicht, wenn wir das Treppenhaus nutzen. Nein. Ich glaube, ich stelle mein Spiel nochmal leiser. Schau mal, hast du es nicht schon? Also das Treppenhaus sieht frei von Laserbeams aus. Ich gehe da jetzt runter. Dann würde ich auf Kameras achten können. Kameras? Ich bin durch, ich bin durch! Oh, siebeneinhalb Minuten Gesamtzeit. Gute Sache. Okay, okay. Da stand Leertaste, um auf die Röhre zu klettern und ich bin jetzt hier. Was soll das? Das hast du wohl nicht ganz schön anvisiert. Die war anvisiert. Ich meine, da stand Leertaste. Ja, Leertaste. Aber wahrscheinlich nicht für die Röhre. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Die war ja... Du siehst ja, wie dieser Balken mit dem Text genau dort immer steht. Wie soll ich das beschreiben? Hä? Wo ist denn hier noch Gegner? Ja, du bist in dem einzigen Bereich des Levels. Schau dich einfach komplett um. Ich gehe irgendwo anders hinaus. Hey, sind keine Gegner in diesem Abteil, ne? In diesem... Wo ich rumlatsch. Vielleicht war es ja nur der eine, den ich gekillt habe. Okay, da ist eine Tür. Ich markiere dir mal einen, den ich sehe. Das ist eine Tür, die man hier öffnen kann. Und so viel dazu. Dann gehen wir mal hier runter. Es gibt aber, glaube ich, schon zwei Wege, um hierher zu kommen. Aber ich hier offensichtlich immer benutze. Ich schaue da hin und da fällt einfach wer runter! Aus meiner Perspektive sah es nicht so episch aus. Ich habe ihn einfach nur genommen und gespürt. Ich glaube, das ist die Map mit diesem ewig langen Bunker durch den... Jetzt müssen wir den Mann schaffen, nicht dass ich den außerdem weg cut. Lasern stehe ich, denke ich will, sonst ist das echt scheiße. Ja, okay, ja. Dann cut ihn am besten einfach, selbst wenn es ein Fail ist, nicht weg. Ja, das ist die Frage, ob ich es dann wieder merke, verschließe. Ich verarbeite das ja nicht ins dann nach oder so. Da ist ja auch ein bisschen Zeit dazwischen. Ich glaube, wir haben ein Problem. Könntest du diesen Gegner entsorgen? Könntest du den Lichtschalter drücken? Ah, den da vor mir? Was the heck? What the heck? Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. War doch leise, niemand hat es bemerkt. Okay, ah ne, warte, das ist nicht das mit dem ewig langen Bunker. Das ist das mit dem Laborbereich. Oh. Ah. Gut, da kommt jemand auf uns zu, leichter Kill. Oder auch nicht, dreht sich wieder auf. Hat sich anders entschieden. Will doch nicht einfach sterben. Also bei mir sind beide da. Was? Ja, du hast die vorhin markiert. Da waren sie mit einer 2 drüber. Das waren sie wieder. Ja, die sind noch da. Pass auf, der eine kommt, glaube ich, um die Ecke. Oder irgendwie so. Jedenfalls sehen die gefährlich nah aus. Der eine hat... Ich glaube, ich springe durch das Fenster. Ich glaube, das ist sicher. Das Fenster habe ich bereits aufgeschossen. Insofern, ja. Du musst dafür nicht einmal durch eine Glasscheibe. So will ich über die Glasscheibe springen. Oh, da läuft der 2 irgendwo entlang. Oder glaubst du, wir kommen durch diese Tür dann. Also durch die Tür selber kann man theoretisch durchgehen. Okay, also was, Mann? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Kletter schnell hoch. Haha. Oh, der war hinter dieser Tür. Interessant. Was? Ich habe jetzt die Kamera ausgestellt. Gut, du hast den Typen ausgestellt. Ich warte mir auf die letzten 4. Falls die überhaupt in diesen Bereich gehen. Es kann sein, dass die hinten im Labor bleiben. In diesem Kreis unten. Bereich. So. Oh. Ja, die kommen wahrscheinlich nicht hier. Was sind die denn überhaupt? Ja. Alle dahinten, wo ich gerade markiert habe. Los, aktualisier dich mein Ding. Ich sehe die immer noch nicht. Nur die eine Markierung. Was? 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 Nein! Asch mich doch nicht! Geheimhaltung nicht länger gewährleistet. Missionen. Ich komm nicht hoch. Ja, ich bin einfach nur hierher gegangen. Und wurde instant entdeckt. Ja, das ist komplett hell. Ich habe auf die Kamera stand einfach nur entdeckt. So. Ja klar, alles ist hell. Aber du kannst das Licht ausmachen. Ja, das kann ich nicht. Ja, ich habe ja gerade das hier untersucht. Also konnte ich ja nicht. Ich kann ja schwer das Licht ausmachen, während ich jetzt nicht in Z-Modus bin. Dann fände ich es. Vielen Dank.